hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von terminator resistance sagt bitte nichts ich weiß ich habe im letzten part bin ich halt zweimal gestorben musste dreimal diesen typ diesen t 47 erleben und beim letzten mal habe ich halt vergessen zu fotografieren so sieht's aus ja ich muss ein bisschen aufpassen jetzt wo war der denn ich wollte nur gespeichert ich wollte ok gut ja jetzt hat mich halt immer wieder so terminierte 800 oder was gekommen ist überrascht kommt mich daher werden noch mal hier schnell einbrechen den müssen wir schaffen gut alles mitnehmen stoff da kommt da ist der 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 mich umgebracht hat ok die lassen wir erstmal oh was vergessen Zeit bleibt ja stehen. Ok, das haben wir auf, wir gucken nochmal wo der hin ist, da ist auch einer, oh, die Tür ist auf, mir doch egal, geht runter, der kommt vorbei, wir warten mal. Wo sollen wir den angreifen? Ach komm. Da bist du. Ich stehe. So, den hätten wir erledigt. Ich wollte irgendwie noch ein Polizeiauto gucken. Ich hab's heute. Okay. 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 Schnell. Schnell. Hecken wir den. Ach, aber nicht so. Wir müssen nach unten. Der kommt hoch, ne? Danke, Kumpel. Do me all what you have. Mein Rucksack ist voll. Aber R95 haben wir eh. Okay. Okay. Wir machen uns den anderen auch zum Freund. gut. Oder auch nicht. Gibt's was in den Ecken? Also hier nicht. Wenn er wieder darüber schaut. gut. Gut. Schön gemütlich. Ah, das ist ne Kiste. Die machen wir erst auf. Alles nehmen. Okay. Hecken, Hecken, Hecken. Gut. Gut. Okay. Erfolgreich. Ähm. Ich glaub, wir müssen da runter, oder? Mission. Ich muss mal eben. Äh. So. Zerstören oder Hecken. Zerstören oder Hecken. Ziehen wir? Ne. Okay. Dann Hecken wir mal. Okay. Und jetzt. Die Kiste noch abgehen. Das ist noch nicht. Was sonst noch was hier? Ne, ne? Rhyme. Ne, neues Erfahrungslevel. Zwei Fertigkeits- Oh, wir haben zwei. Sind wir hier umgestört im Moment? Dann. Fertigkeit. Ähm. Pimp. Noch nur einmal Waffen. Nein. Und. 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 Das hier. Das hatten wir vorher schon, aber irgendwie. So. Nochmal. Nein. Karte. Wir gehen jetzt hier hin. Collins Versteck. Aber hier haben wir auch noch ein Safe House. Sollen wir da erst hin? Oder waren wir doch, oder? Das ist doch das Safe House. Wo wir waren? So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Ach. Speicherpunkt. Missen wir das? Ach komm. Sollen wir? Kann man keinen Weg pumpen? Achso. Ach komm. Wir machen hier. Uns wird schon nichts passieren. 65 Meter. 65 Meter. So. 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 Okay. So. Hallo? Jemand da. Nein. Hier jemand? Nein. Toilette. Na. Da. Handelsressourcen. Handelsressourcen, Stoff, Kacknacken, Oh ja, sagt euch, wir sind da draußen. Oh, das ging jetzt. Irgendwas liegen lassen? Oh ja. Was war da? Was ist das? Die sind da hier. Ich gucke mich mal. Außen. Ja. Hier ist eine Kiste. Alles nehmen. Oh, jetzt ist es schön, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Handelsressourcen, Stoff, nochmal Handelsressourcen. Oh, da tun ein paar rum. Okay. Okay. Wir müssen irgendwie nach oben. Da geht es nicht hoch. Wir müssen da. Okay. Wer ist denn da? Okay. Okay. Hier ist nichts mehr soweit. Kiste haben wir auch. So. Puh. Da waren wir auch drinnen. Wir müssen nach oben. Handelsressourcen. Da auch nochmal. Ja, bestimmt habe ich viel übersehen. Ich hätte vielleicht auch ins Haus gehen sollen, speichern sollen. So. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich da hoch? Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, wie ich hochkomme. Ah. Hier ist wenigstens was zum Speichern. Das ist auch gut. Hört sich an wie eine Katze. Okay, speichern wir ihn. Gut. Weiter gehts. Müssen wir irgendwas herstellen. Oh. Dietrich. Puh. 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 Rohrgranate. Da steh mal her. Eigentlich benutze ich die gar nicht. Aber okay. Muss ich mal nutzen. Oh. Ich glaube, ich muss die Triche machen. Schön hier. Das ist die Drohung, was uns... Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Okay, hier waren wir drinnen. Oh, das ist noch mehr. Altmetall. Dispensary. Das ist es. Ah, okay. Hier ist die Apotheke. Gehen wir gleich rein. Und gleich nochmal speichern. So. Da ist nix. Bisschen aktiviert. Okay. Ha. Aaron will appreciate that. Wow. Da wird nicht viele Sachen hier gelassen. Gut. Haben wir alles. Umgucken. Nicht, dass wir das ausgelöst haben, dadurch, dass wir jetzt rein sind. Gut. Gehen wir runter. Speichern. Okay. Sehr gut. Habe ich nämlich übersehen. Ist das noch so eine Kiste? Muss ich mal drauf achten. Ist die so um... So. Welche Richtung gehen wir denn? Zurück nach Pasadena. Da. Aber oder? Okay. Ruheort. Peter. Es stellt sich heraus, dass noch immer Menschen dort draußen sind. Und du dachtest, wir wären die einzigen Überlebenden. Ich habe beschlossen, eine Weile bei ihnen zu bleiben. Ich denke nicht, dass es hier besonders sicher ist. Ich habe es aber satt, ständig davon zu laufen. Du weißt, dass wir nicht jünger werden. Da gibt es diesen Kerl, Ryan, ein alter Kerl wie wir, der mich daran erinnert, wie alt wir geworden sind. Alle denken, sie hätten eine Geschichte zu erzählen, da sie den Tag des jüngsten Gerichts überlebt haben. Weißt du, was er mich gefragt hat? Er fragte mich, ob ich mich noch daran erinnern würde, wie Kaffee schmeckt. Das lockert die Stimmung, oder? Peter. Ich glaube, du würdest ihn mögen. Ihr hättet einen Riesenspaß dabei, mir auf die Nerven zu gehen. Meine Wache endet bald. Ich vermisse dich und ich vermisse echten Kaffee. Okay. Alles mitnehmen, bevor wir hier verschwinden. Ja, ist ja gut, wir gehen ja gleich zurück. Ich wollte mal nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Aber hier gibt es nichts mehr. Okay, gehen wir zurück. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Ja, wir müssen da runter. Ist das wieder hoch? Verstehe ich nicht. Um ein Foto zu machen? Okay, Moment. Wir müssen da runter, runter. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Waaah, was steht hier? Das ist ein Foto. aber toll dann auch nicht kein gang mit das ziel obwohl mir das dann dann angezeigt wollte ich nicht so konnte ich kein eigenes ziel ok haben wir ja gut komm raus da doch wieder zurücklaufen aber ja ich habe vor ich habe ich kommt noch wer mich besuchen kein interessiert so noch wer sind alle friedlich okay gut nach hause da so eine kiste jetzt surprise nichts da ist keiner mehr da aus der länder macht seine rolle ok wieso müsste ich da ein da ist noch eine kiste ja vielleicht kann ich meine t47 fotografieren den letzten hatte ich einmal fotografiert und dann bin ich ja gestorben dann habe ich nicht mehr fotografiert ich glaube ich sollte speichern ok speichern noch das nur eine flasche es hörte sich jetzt als wer irgendjemand hier gespeichert haben hier haben wir schon hier durch ja ich soll nach oben ich weiß ich glaube wegen foto machen ist das noch mal da verwirrt heute links und die tricht hier geht es ja so wie es aussieht werden wir im nächsten fahrt nach hause kommen oder so lange folge machen ich bin am drucken das kann ein bisschen dauern kiste sehr schön ach das ist meine an da kann man durchkriechen was hat uns das gebracht irgendwelche nut ja eine kiste ja na Elektroteile, irgendwas verstecken, von da sind wir gekommen, also hier ist nix, da geht es nun runter. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben, so wie die das wollen, aber erst nehme ich das noch mit, wir brauchen Geld für Waffen, Domination, okay, wir können es auch selber machen, aber Waffen werden nicht schlecht, noch weiter hoch müssen, bestimmt um ein Foto zu machen. Da ist noch eine Tasche, die wir nicht haben, nein, springen. Oh, sehr schön, ganz viele Sachen, da ist nix drin. Freilichttoilette, ich kenne eigentlich nur das Freilichtmuseum, aber Freilichttoilette, okay. Nein, ich drücke meinen falschen Knopf zum Springen, aber hier ist auch nichts mehr. Okay, gehen wir eine Etage höher und nachher gehen wir mal kurz runter. Es ging ja noch die eine Seite ganz runter. Da ist nix, hier ist auch nix. Da ist auch nichts. Okay, kann ich das ziehen. Können wir das noch ein bisschen ranzuhen. Ja, ich bin ja wirklich hier mal ein paar Puschel, aber ich wollte noch ganz runter gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da bin. Irgendwo ging es nicht noch runter. Ups. Na. Hallo, danke. Das war schon ganz unten. Nein, es ging doch noch eine Treppe nach unten. Oder war das die? Die Tasche haben wir, Koffe geht nicht. Hier sind wir noch eine Treppe nach unten. Ach, hier sind wir gekommen. Gut. Gut, gut. Was heißt jetzt 93 Meter? Äh. Da komme ich nicht durch. Moment. Ich würde aber sagen, ich speichere hier und bin in den Part. Im nächsten Part gehen wir dann zurück nach Pasadena. Zum Verständnis meine ich. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentart, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios. Tschüss. Tschüss. .